Wir begrüßen Sie ganz herzlich unseren Abgeordneten und unseren Abgeordneten mit Ihrem Standardprogramm. Applaus 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 Und jetzt bitte ich Sie wirklich, genießen Sie noch den Amt, bis er an unser Wort wird ansprach. Dankeschön nochmal an unsere Achtung, Familie Kölschler, Familie Frankreich, Familie Landgörner, Familie Jürgen, Familie Stürmer, Familie Jürgen, Familie Jürgen, Familie Jürgen. Vielen, vielen Dank.